Ja, servus Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Sascha und ich grüße wie immer meine Elektro-Community, alle Tesla-Fans, alle die regelmäßig zahlreich auf meinen Kanal schalten und noch kein Abo hinterlassen haben und natürlich alle die noch hinzukommen im heutigen Video. Ihr seht es, mein Sonnenschutz ist weg. Wir testen heute die Klimaanlage in den neuen Software-Update 2024.20.1. Soll das Ganze verbessert sein, das Auto soll schneller im Innenraum abkühlen und noch dazu besser kühlen, ob das Ganze wirklich so ist, ob wir jetzt auf den Sonnenschutz verzichten können. Ihr wisst ja, der Sascha, der schwitzt ziemlich schnell. Ob es geht, wir werden sehen in diesem Video und wir fahren jetzt noch dazu auf die Autobahn. Testen 30 Kilometer den Autopilot. Was hat sich geändert zu diesem Software-Update? Ob das Ganze besser funktioniert? Wir schauen uns das Ganze an. Ich bin wie immer höchst motiviert und ich wünsche euch auch wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Also der erste Eindruck von diesem Autopilot, der ist überragend. Ich schaue nicht auf die Straße. Ich habe meine Hände nicht am Lenkrad. Jetzt gleich drehen. Das habe ich gemacht und das war's. That's it. Das ist alles. Er quält mich nicht mit Gepiepe. Er strikt mich hier nicht out. Ich hatte schon mal fünf Strikes ganz zu Beginn, als das eingeführt wurde und das ist eine unglaubliche Verbesserung. Und das ist sogar so gut, dass ich das jetzt in Zukunft auch nutzen werde. Ich mache nichts. Ich schaue auch hier auf mein Display. Er gängelt mich nicht in keinster Weise. Schaut es mir her, wie lange ich meine Hände hier vom Lenkrad habe. Schaut es euch das einmal an. Nichts. Er will nichts. Ich schaue aufs Display. Ich schaue nicht auf die Straße. Er will nichts von mir. Jetzt will er leicht drehen. Und das ist enorm. Eine enorme Verbesserung, Leute. Überragend. So macht das echt Spaß. Das macht richtig Spaß. Ich habe das nicht genutzt, weil mich das voll genervt hat. Ich fahre ohne Gaspedal. Er macht alles selber. Leicht drehen jetzt wieder. Das machen wir gerne. Ich muss auch nicht komplett nach vorne schauen. Das machen wir auch gerne. Er will nichts. Er will nichts von mir. Sehr schön. Er macht alles. Er lenkt selber, ohne dass ich eingreifen muss. Jetzt will er leicht drehen. Ich mache das. Ich provoziere das auch heute nicht mehr für einen Strike. Nein, weil das ist wirklich vom Allerfeinsten. Leicht drehen jetzt wieder. Wir schauen jetzt einmal auf die Uhr. Mal. Wie lange kann ich ohne Lenkrad halten? Hier so fahren. Ich habe nichts am Lenkrad. Keine Handy. Zähl mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ja, nach meiner Zählung waren es jetzt 16 Sekunden. Eine leichte Drehung. Und das Allerbeste ist echt, ich höre nichts mehr. Ich höre kein Pipen. Ich sehe nichts Rotes hier am Display, als ob hier gleich die Welt untergehen würde. Wir drehen wieder leicht. Sehr schön. Ich muss mich wiederholen. Es ist fantastisch, Leute. So macht Autopilot fahren richtig Spaß. Ja, Leute, was noch ganz wichtig ist, was diese Woche Thema Nummer eins ist. Nicht nur bei mir. Oh, jetzt müssen wir. Jetzt war ich zu lange weg. Jetzt haben wir gerade. Aber auch nur ein, ja, ich sage mal, ein angenehmes Geräusch gehört. Das war okay. Das war gut. So, aber ein Thema haben wir diese Woche. Das ist der Standby-Verbrauch. Ich war das letzte Mal beim Laden, exakt vor einer Woche. Und ich habe jetzt einen Standby-Verbrauch von 6,7 Prozent von Sonntag bis Sonntag. Und das ist absolut zu viel. Also ich habe alles bis jetzt ausgestellt. Und es geht wirklich nur um diesen Standby-Verbrauch, den ich selbst nicht beeinflussen kann. Ich habe alles deaktiviert. WLAN, Wächter-Modus, alles, was in meiner Macht steht, um diesen Standby-Verbrauch zu reduzieren. Und es hat nicht funktioniert. Und wir müssten jetzt einmal umrechnen. Ich verbrauche in einer Woche und ich rechne jetzt einmal moderat. Rechnen wir einmal 21 Kilometer. Wenn man jetzt ein bisschen schärfer rechnen würde, wenn wir nur in der Stadt fahren, dann sind wir wahrscheinlich bei 30 Kilometer. Und das ist ein Haufen Zeug, Leute. Ein Haufen Zeug. Und das ist eigentlich fast inakzeptabel. Ich habe Nachrichten zum Beispiel von VW-Fahrern bekommen, die haben überhaupt keinen Standby-Verbrauch. Also im Rahmen wäre für mich am Tag vielleicht 0,2 Prozent, maximal 0,3 Prozent, aber nicht auf eine Woche 6,7 Prozent. Ihr kennt ja den Spruch, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Das hat mich auch jetzt monatelang überhaupt nicht interessiert. Der Olli hat mich ja angetriggert von Pickup Electrify mit seinem Video. Ich habe hier überhaupt nie in meinen Energieverbrauch reingeschaut. Und jetzt seit drei Wochen teste ich das. Wir sind jetzt übrigens am Tesla Supercharger in Wörth. Und in diesen drei Wochen ist, ja, das ist eine Katastrophe, würde ich sagen. Und man muss das Ganze obendrauf rechnen. Zu unserem Verbrauch natürlich. Und da sieht es mit der Effizienz dann schon wieder schlechter aus. So, wir biegen jetzt hier rechts ab. Und wir machen jetzt gleich mal schnell unsere Warnleuchte rein, damit hier jeder sieht, dass ich hier rückwärts fahren will. Weil sonst fährt mir nämlich hinten einer drauf. Wir wollen natürlich rückwärts fahren. So, wir nehmen gleich hier den ersten. So, fahren hier schön rückwärts rein. So, sind jetzt hier in einer schönen, schönen rückwärts Einpackung hier. Wir stoppen jetzt. So, also nochmal zu unserem Verbrauch hier. Leute, das ist echt zu viel. Wir schalten unsere Warm-Blinkanlage wieder aus. Es ist echt zu viel. Gehen nochmal auf Parken und schaut euch das an. Wir haben jetzt 174 Kilometer Restreichweite. 44 Prozent. Und wir laden jetzt. Wir laden unser Auto am Supercharger. Ihr könnt das Ganze schon. Abstecken, drücken, einführen. Handshake beginnt. Ein paar Sekunden dauert es immer. Es hat klack gemacht. Und so einfach ist das, Leute. So einfach können wir laden. Hier können wir sicher keine unfassbare Ladeleistung erwarten. Bei 44 Prozent. Vielleicht kommen wir auf die 100. Kurzzeitig mal. Genau. Und das funktioniert auch. 100 Kilowatt. Schaut her. 110 sogar. Ja, das wird jetzt so das maximale sein. Bis zu circa 55 Prozent. Vielleicht 60 Prozent. Vielleicht können wir bis dahin die 100 Kilowatt halten. Aber das ist soweit in Ordnung. Schauen wir uns hier nochmal an, wo wir uns befinden. Wir haben zwölf Ladepunkte hier. Und ihr kennt das Ganze schon. Hervorragend gelegen. Hier kann man super essen natürlich. Essmöglichkeiten. Da drüben haben wir wochentags noch ein Lidl. Und auch drüben haben wir noch Ladesäulen bei Lidl. Und wir machen das Auto jetzt auf 100 Prozent voll. Ja, Leute. Mein erster Eindruck nach der 20-Kilometer-Fahrt hier her zum Tesla Supercharger in Wörth. Der Autopilot, Leute. Der ist allererstes. Kein Strike. Kein Gängeln. Kein ständiges Gepiep im Auto. Man kann die Hände in den Schoß legen. Recht lange sogar. Man kann links und rechts schauen, ohne dass die Innenraumkamera hier Alarm schlägt. Das Ganze hat mich unglaublich überzeugt. Ich bin ein Nicht-Autopilot-Fahrer. Aber wenn das Ganze so gut funktioniert, dann werde ich das auf jeden Fall jetzt öfters nutzen. Genauso das Innenraumklima. Wir haben 24 Grad heute. Wir gehen einmal ein Stück nach vorne, dass wir uns das Ganze hier anschauen können. Wir haben 24 Grad. Schwülwarm. Und ich bin ausgestiegen aus dem Auto ohne einen nassen Rücken, ohne einen nassen Hintern, ohne Schwitzen. Und das hat mich auch sehr überzeugt. So, und jetzt kommt der erste Tesla-Fahrer hier rein. Bislang war ich der Einzige hier. Elf weitere Stalls sind frei. Mit Anhänger. Vielleicht wird er sich gleich jetzt einmal querstellen. Wahrscheinlich, denke ich, einmal wird er das zu versuchen. Aber egal. Also, dieses Update war wirklich hervorragend. Autopilot ist zu empfehlen. Und noch dazu das Innenraumklima. Das ist genauso zu empfehlen. Also, wenn es so weiter geht, wenn sich noch, ja, vielleicht der Stand-Buy-Verbrauch senken lässt, dann bin ich absolut zufrieden mit dem Auto. So, ich habe hier so einen Neopren-Schutz. Und das werde ich jetzt einmal hier über mein Display stülpen. Weil jetzt wird es nämlich wirklich, wirklich warm. Ich werde auch... Die Klimaanlage läuft sowieso. Jetzt haben wir schon vier Tesla-Autos da. Vier Model Y. Einer nach dem anderen trudelt jetzt ein hier. Also, das Auto ist jetzt geschützt, mein Display. Sonst wird es richtig heiß. Und jetzt geht es einmal richtig zu her. Schaut euch das an. Menge Betrieb. So, Laden abgeschlossen. 100 Prozent. Heute 406 Kilometer. Und wir starten jetzt wieder zurück. 20 Kilometer Autobahn. Ungeschnitten das Ganze. Autopilot. Wir machen jetzt mal die Kühlung hier an. Wie gut wird das Ganze funktionieren. Wir biegen hier mal links ab, um das Ganze hier abkürzen zu können. An all diesen Lastwegen vorbei. Hier hinten ist nämlich die Ausfahrt. So, ich hoffe, das Ganze wackelt nicht zu sehr. Wird an der Isar Supercharger. 12 Ladestalls an der A92. Zwischen Landshut und Dingolfing. Das Ganze war jetzt sehr, sehr gut hier. Heute 406 Kilometer. Letzte Woche 408. 100 Prozent. State of Charge. Hier geht ein Fußgänger. Ja, das hat das Auto sehr gut erkannt. Hier hinten ist auch an. Sehr gut. Einmal um den Kreisverkehr herum. Dann geht es Richtung München. Einmal über die Autobahnbrücke drüber. Wir blinken. One Pedal Driving. Wir gehen leicht vom Gas. Es wird keine Bremse benötigt. Und jetzt schauen wir uns gleich mal an, ob das mit dem Autopilot genauso gut funktioniert wie bei der Herfahrt. So, jetzt funktioniert das Ganze natürlich. Ich bin im falschen Profil unterwegs gewesen. Jetzt sind wir auf der Autobahn. Im Autopilot. Ich habe meine Handy nicht am Steuer. Hier sind sie. Schaut euch das an, wie gut das funktioniert. Ich schaue euch jetzt direkt in meine Kamera rein. Jetzt will ich kurz, dass ich leicht drehe. Das Ganze ist erledigt. Klimaanlage läuft. Ende vom Lenkrad. Schauen wir das Ganze am Fullscreen-Display an. Ich muss jetzt auch nicht schnell fahren. Ich kann jetzt gerne hinter dem Auto herfahren. Ich will jetzt einfach nur demonstrieren, wie gut das funktioniert. Leicht drehen. Das war's. Abstand wird gehalten. Spur wird top gehalten. Sehr schön. Leicht drehen wieder. Und jetzt schauen wir uns einmal schnell an, wie lange es dauert, bis er sich dann wirklich beschwert. Bis die erste Meldung kommt. Leicht drehen. Und dann bis zur Verwarnung. Wie viel Zeit vergeht hier jetzt? Leicht drehen. Er meckert noch nicht. Das dauert ziemlich lange, muss ich sagen. Immer noch kein Problem. Jetzt drehe ich einmal leicht. Also, er gewährt mir sehr viel Zeit. Das ist nicht gleich so, wenn die Meldung kommt, bitte leicht drehen, dass es dann sofort hier im Auto alleine tönt. Nein! Ich habe sehr viel Zeit, um dann das Denkrad wirklich leicht zu drehen. Jetzt haben wir wieder die Meldung leicht drehen. Jetzt leuchtet ein bisschen blau. Es blinkt blau. Ich mache jetzt gar nichts. Ich lange jetzt auch nicht hin. Jetzt, sagt er, jetzt kommt der erste Pieps aber dann nur. Es kommt nur ein Piep. Es kommt nicht die Meldung, dass ich einen Strike oder was bekommen habe. Ich hoffe, das wagt zumindest keiner. Sagt er wieder leicht drehen. Also Leute, jetzt mal ehrlich. Das ist der beste Autopilot, den ich kenne, seit ich Tesla fahre. Ja, seit eineinhalb Jahren. Es ist überragend. Und so muss das sein. Alles, was vorher war, war enorm übertrieben, war enorm nervig. Aber jetzt? Richtig schön. Richtig schön. Leicht drehen wieder. Mann ist das gut. Mann, ist das gut. Mann, Leute, ist das gut. Das ist richtig gut. Dieser Autopilot ist richtig gut. Drehen wieder leicht. Und so macht das Spaß. Es macht einfach Spaß. Und das ist entspannt, das Autofahren. Es ist entspannt. Das Fullscreen dazu. Das Auto zwischen den zwei blauen Balken. Leicht drehen. Total unhektisch. Das ist jetzt wirklich unhektisch. Alles, was vorher war, war richtig hektisch. War richtig Stress. Aber das ist super. Auch die Innenraumkamera. Super. Ich werde nicht gegängelt, wo ich hinschaue. Ja, das ist super. Ich werde jetzt Autopilot-Fan. Ich bin Autopilot-Fan. Ab heute. Mann macht das Spaß. Jetzt können wir mal ein bisschen nach oben drehen, die Geschwindigkeit. Weil tatsächlich vor mir der jetzt mal entschieden hat, schneller zu fahren. Aber ich will jetzt gar nicht. Jetzt hat er mich erwischt. Jetzt hat er mich erwischt einmal. Das war ein Strike. Und jetzt bin ich aus dem Geschäft da draußen. Ja, jetzt bin ich draußen. Aber jetzt schaue ich einmal, ob ich mein Profil ändern kann. Okay, das geht jetzt unter dem Fahren nicht. Also, ich habe jetzt mein Auto für diese Fahrt auf jeden Fall aus dem Autopilot genommen. Ich habe das jetzt einmal kurzzeitig übertrieben. Ich habe mal nicht ans Lenkrad gefasst. Oh, jetzt zerschaukelt es aber hier im Auto ganz schön. Schlechter Fahrmabelag. Also, ich habe nicht aufs Lenkrad geschaut. Ich habe nicht ans Lenkrad gelangt. Und dann kommt eine große Meldung. Es leuchtet rot. Ich habe aber auch nicht dermaßen übertrieben, so wie es vorher war. Das ist völlig in Ordnung. Und für diese Fahrt ist jetzt mein Autopilot nicht mehr zur Verfügung. So, die heutige Fahrt neigt sich dem Ende zu. Der Autopilot hat mich rausgeschmissen. Ich habe das Ganze überstrapaziert. Aber trotzdem sehr, sehr gut. Nicht so aufdringlich wie sonst. Ich wollte jetzt einfach mal sehen, wie das Ganze am Schluss endet. Also, Fazit. Software Update 2024.20.1. Der Autopilot ist überragend. Ich werde den Autopilot jetzt wirklich oft nutzen, wenn ich Langstrecke unterwegs bin. Das Raumklima im Auto hat sich definitiv verbessert. Ich war jetzt ca. 20 Minuten unterwegs. War relativ aufgeheizt, sage ich jetzt einmal. Ich bin ziemlich schwitzig ins Auto gestiegen. Nach dieser 20 Minuten Fahrt war das jetzt absolut in Ordnung. Ich habe mich schön abgekühlt. Ich fühle jetzt nicht so einen großen Druck mehr von oben irgendwie. Das hat sich alles irgendwie verbessert. Es wird schneller kühler im Auto. Nach dem Laden, wo ich ins Auto gestiegen bin, ging das Ganze relativ schnell. Also, ich bin rundum zufrieden. Bis auf den Standbyverbrauch. Der muss definitiv gesenkt werden. Für mich ist das nicht akzeptabel. Jede Woche 7% ungefähr an Standbyverbrauch zu verlieren. An meiner Reichweite. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Schauen jetzt einmal, was heute Nacht passiert. Sollte ich wieder an die 1% haben. Von heute Nacht auf morgen früh. Dann kommt der Tesla Ranger. Ich werde einen Servicetermin vereinbaren. Und dann schauen wir mal, was die dazu sagen. Für mich ist das absolut zu viel. Leute, wenn euch mein Kanal Spaß macht. Wenn das Mehrwert für euch bedeutet in Sachen E-Mobilität. Wenn das Ganze interessant ist. Dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben knapp 3000 Abonnenten. Und ich würde mich freuen, wenn wir das knacken würden. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Jetzt müssen wir noch aufpassen, weil hier ein Radlfahrer wackelt und absteigt vor der Kurve. Tempo 30-Zone. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Servus. Servus.